Hilfe, wir brauchen Hilfe. Ich habe Angst. Ich auch. Was ist denn das? Ich glaube, das ist ein Dino-Ei. Ah, es bricht auf. Mami, Mami. Braucht ihr Hilfe? Ja, wir haben uns verlaufen. Kannst du uns helfen? Dürfen wir auf deinen Rücken? Ja, na klar, kommt drauf. Danke, wir haben den Weg gefunden. Jetzt können wir nach Hause. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Ende.